hey hallo leute und herzlich willkommen zu einer neuen mod vorstellung ich präsentiere euch heute den animated player mod dieser mod fügt neue bewegung in minecraft hinzu also im multiplayer ich werde das direkt anhand eines versuchsobjekts zeigen in klammern spongebien der dafür modell steht gehen wir mal auf meinen server und da sehen man auch schon den spongebien ihr könnt ja ganz genau sehen wie der läuft wartet man wenn das nicht hat er auch so schöne gelenke sieht man also die bewegungen sind auch viel besser wenn er läuft wenn er sneakt man sieht es auch viel besser und hallo youtube und jetzt soll er mal schwimmen gehen da sieht man nämlich auch eine ganz neue animation so eine richtige schwimmen animation gefällt mir sehr bei diesem mod wünschte ich mir sogar wirklich dass er in minecraft so wie er ist oder hinzugefügt wird okay vielleicht noch ein paar schlag animation aber sonst ist eigentlich richtig gut dieser mod ist eigentlich ganz einfach zu installieren man braucht dabei nur forge und zwei andere mod sachen noch also den mod selber und noch auch was anderes halt ja und wie man installiert werde ich euch jetzt zeigen und da sind wir auch wieder bei der installation als erstes geht er auf den link den ich euch unten in die beschreibung packe und dort müsst ihr dann einfach nur bei dieser seite also bei der hier auf animated player 172 hier unten also das ist der mod selber jetzt jetzt gerade dauert ein bisschen bei meinem internet ist nämlich leider nicht gerade das beste genauso wie in meinem pc ok das lädt jetzt irgendwie lang da kommt man auf jeden fall so eine zu einer art fly seite ihr wisst ja bestimmt wie man es downloadet einfach hier oben werbung überspringen dann downloadet es auch schon fertig dann geht da auf die andere seite die animation api seite geht da runter bis zu diesen großen download button nicht diesen kleinen sondern diesen großen nehmt ihr tut es einfach dann ist glaube auch wieder eine ad fly seite und dann bei dieser fall seite da da müsst ihr 172 wie kommen denn das nehmen genau das hier nicht des latest oder eine andere version oder hier ist lastes sondern 172 wie kommen denn und dann geht ihr hier auf install nicht auf installer win oder java.doc oder src oder universal oder was auch immer sondern hier auf dem installer einfach drauf und fertig dann habt ihr hier unten die drei dateien und diese müsst ihr einfach nur noch in diese forge datei öffnen wir erst mal das dauert schon wieder so ewig bei meinem pc ich entschuldige mich für mein pc es tut mir sehr gut leid aber ich habe bis jetzt noch nicht die mittel um mir einen neuen zu kaufen dann öffnet hier auch dieses install fenster von forge das müsst ihr als erstes installieren einfach hier auf install klient und ok ich brauche das jetzt nicht machen weil ich es schon habe und dann geht ihr also drückt ihr die windows und r taste dann kommt so ein ausführen zeichen da gibt ihr ein prozent app data prozent dann drücken wir auf ok und dann kommen wir in so ein ja so ein datei fenster da gehen wir auf minecraft also punkt minecraft und durch forge müsste jetzt hier unten ein mods ordner sein wenn der noch nicht da ist startet erst mal minecraft und probiert es dann nochmal ja in diesem mods ordner müssen wir dann nur noch animation ap und animated player hier hinein ziehen also hier nach mods verschieben und ja dann war es das eigentlich jetzt starten wir minecraft so das dauert leider immer bei mir es dauert leider immer bei mir gehen dann hier unten auf ein fort schalte zum beispiel hier habe ich jetzt benutzen auf bleibt wie aber wir brauchen fort weil da ist auch um der mod mit installiert dann geht einfach auf play wartet ein bisschen so ok dann wartet da eben ein bisschen länger je nachdem wie lang es bei mir dauert oder bei euch und dann seht ihr auch hier unten minecraft 172 minecraft pv 1.359 fml und so weiter also das sind halt die sachen die man für den modler oder halt für forge braucht die zusatz mod sozusagen wenn man dann hier auf den mods button geht sieht man auch gleich minecraft coder pack forge mod lauter und minecraft forge das braucht man alles also das kommt von allein dahin und dann hier unten animated player und animation api das hier ist einfach nur ein anderer mod den ich gerade drauf hatte ja so hier unten könnt ihr auch immer das sehen wie viele mods ihr gerade ja drin habt und falls es euch gefallen hat würde ich mich über eine positive bewertung freuen und über ein abo auch sehr ähm schreibt konstruktive kritik in die kommentare und auch noch was für mods ich auch noch ähm let's playen sollte ja und das war's dann tschüss 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 tschüss